So, ja, und Damen und Herren, herzlich willkommen zurück in Richtung YouTube zu The Witcher 2 Assassins of Kings. Und ich erinnere mich, wir sind gerade hier und ich habe mich mega drüber geärgert, weil ich keine Truhe habe, wo ich Sachen ablegen kann. Was leider bedeutet... Ähm... Warte mal, vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Wenn ich mich auf die Karte gucke, steht er nämlich in. Da ist nämlich ein Inn in der Stadt. Ich will mal eben gucken, bevor wir da reinlaufen, wir müssen das Symbol des Hasses jetzt zurückholen. Und bevor ich da jetzt reinmarschiere, ich würde echt gerne Sachen ablegen, weil wir haben das Problem... Ähm... ...dass wir nichts mehr tragen können. Und ich habe gerade die Hoffnung, dass wir da in den Inn reinkommen. Hoffe ich zumindest. Es sei denn, der ist in der Hauptstadt direkt drin, wo wir nicht hin dürfen, weil wir ja, ähm... Äh... ...weil wir keine Berechtigung haben. Das wäre relativ dämlich. Ich will das bloß mal eben mal gucken, weil ich es wie gesagt einfach gerade sehe. Ähm... Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, der ist tatsächlich, der ist... ...innen drin. Das heißt, ich kann... Ich komme, glaube ich, hinten rum, komme ich dann rein. Ich glaube, wenn wir da durchgehen, durch das Symbol des Hasses... ...kommen wir lustigerweise, glaube ich, genau hin, wo ich hin will. Ursprünglich. Also ich glaube, wir kommen jetzt einfach von der anderen Seite von hinten. Ist dem so. Ja, genau, weil der Inn ist da nämlich... ...hier ist der Inn. Habe ich mir meine Maus hier? Nee, ich habe hier keine Maus. Ähm... Auf jeden Fall, da rechts ist der Inn. Und da kommen wir nicht hin. Wir müssen durch die Tür durch. Die Tür kommen wir nicht durch. Aber ich glaube, wir kommen von hinten dann in das Ganze... Ähm... ...rein, wenn wir uns den Soldern dann treffen. Okay. Sehr gut. Habe ich irgendwas zum Verkaufen? Nee, ne? So. Da, da, da. Das ist alles Junk hier. Okay. Das können wir alles verkaufen. So, das heißt, wir können vier Kilo an Material jetzt mitschleppen. Das ist natürlich relativ wenig. Aber was soll's. Also schauen wir euch. Da, 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 da. Ähm... ...Geralt läuft in den, äh... Sonnen... ...Untergang. Das ist, glaube ich, Sonnenuntergang gerade. Bin ich hier richtig? Ich weiß es nicht. Da, da, da. Ja, ich bin richtig. Fantastisch. So, dann gehen wir nach dem Soldern schauen. Ich bin relativ gespannt. Ähm... Weil tatsächlich das Problem ist vielmehr, ähm... Ja. Ich muss Sachen ablegen. Ich hab so viel Krempel dabei. Und ich will nix mehr wegschmeißen. Ich hab so viel Eisen und so weiter weggeschmissen. Was ich lustigerweise nie benutze. Weil ich das ganze Schmiedenzeug nicht mach. Aber... Wenn ich wollte und mir fehlen dann ein bisschen, ähm... Und mir fehlt ein Eisenerz, dann ärgere ich mich hinterher. Ähm... Weil ich's weggeworfen hab. So viel nur dazu. Ich sag dazu nix. Der Typ ist komisch. Ach ja, ich wollte, ähm... Jetzt muss ich kurz überlegen. Ähm... Wir müssen meditieren. Dann müssen wir einen Trank einnehmen. Ähm... Und dann trinke ich einen Katzentrank. So. Warum einen Katzentrank? Weil dann sehen wir in der Dunkelheit. So. So. Jetzt kann ich speichern. So. Jetzt... Seh ich hier auch was. Es ist nämlich ja mega dunkel hier drin. Alle Achtung. Okay. Ein Necker! Der will uns voll necken. Und wir sind überladen. Fantastisch! Das passiert, wenn man zu gierig ist und einfach hier alles, äh, aufsammelt. Hey! Iron Ore! Yay! Ich bin schwer begeistert. Ich hoffe, ich muss nicht rennen. Hey! Ich lass mich überraschen. Kann nur gut gehen. Also ich weiß nicht, ob ich den Katzentrank wirklich ertrinken müssen. Das Problem ist einfach nur, ähm... Es war das letzte Mal, als ich geguckt habe, wie mega dunkel. Okay. Da ist noch was. Das nehm ich natürlich mit. Okay. Da kommt noch ein Decker! Komm her! Ach, die kann man auch kontern. Das ist ja spannend. Wusste ich gar nicht, dass man die kontern kann. Ich glaube, ich hab ein bisschen Blut an mir gerade. So. Neckaraugen, Neckarkrallen. Less Power Mute again. Bla, bli. Äh, blubbli, blopp. So, das nehmen wir natürlich alles mit. Und, und dann... Meine Frage, werde ich eigentlich jetzt immer langsamer, je mehr ich aufnehme und trage? Kann das sein? Ich bin mir gerade nur bedingt sicher. Wo bin ich eigentlich? Aha. Ich hab keine Ahnung. Ich musste die ganze Hülle jetzt offensichtlich durch. Das ist ja toll. Und ich schleiche einfach. Weil ich, äh, zig Sachen mit mir rumschleppe. Finde ich mega gut. Das Problem ist ein bisschen, ich weiß nicht, wo, ähm... Ich versuche gerade so ein bisschen, äh, äh, die, die Sachen noch zu erkunden. Weil ich finde das immer so mega, äh, erschreckend. Dass man nur oftmals einfach immer straight forward durchläuft. Ähm... Und aber gar nicht so sehr das erkundet, was hier alles so, so rumliegt und so rumlungert. Okay, irgendwie ist, irgendwo ist hier ein Ort, der Macht noch. Wo kommen wir jetzt denn da hin? Ich glaub' nirgendwo hin. Ich glaub' da ist nix. Da ist der Tunnel zu Ende. Schade. Irgendwo ist hier ein Ort, der macht, ich seh ihn aber nicht. Also keine Ahnung, wo der ist. Aber gut. Soll wohl so sein. Ähm... Schauen wir mal. Also wir können da links durch die Tür durch und wir können dann aber geradeaus noch weiter. Ähm... Hm. Das Spannende ist, dass der Katzentrank gleich aufhört. Also hier kam ein Gegner, also ich vermute mal, dass wir hier lang müssen eigentlich. Also in der absoluten Theorie. So. Tunnel der Gründe. Mhm. Ja gut. Schauen wir mal. Also es kann sein, dass wir jetzt irgendwo... Äh... Achso, ich kann die Fackeln hier ausmachen. Sehr gut. Schauen wir mal. Wo geht's denn hier lang? So, und hallo Kopuro, einen schönen guten Abend wünsche ich. Ich glaube, hier muss ich lang. Also ich glaube, das ist der richtige Weg. Auch fantastisch. Es ist plötzlich so finster hier. Ja, ich sehe... Lustigerweise, ich kann an dem OBS-Bildschirm, kann ich mich langhangeln. Ich weiß nicht mehr, wie viele da sind, weil ich nix sehe. Ist offensichtlich keine mehr. Ich will jetzt nicht noch einen Katzentrank verwenden, wenn ich ehrlich bin. Die Fackeln hier bringen übrigens... Oder die Dinge bringen unfassbar viel. Ähm, das ist so richtig... So richtig erhellend hier alles gerade. You are caring too much. Aha. So. Ist es schön, dass diese Schrift so schön reinblinde. Die sieht man jetzt wenigstens richtig gut. Wer ist das denn? Ist das das Soltan hier? Die weiße Flamme. Okay. Jo, ähm... Gött. Ich würde sagen, wir trinken nochmal einen Trank. Ähm... Das bringt so relativ wenig. So, jetzt sehen wir wieder was. Ansonsten ist es leider extrem dunkel. Das heißt, man sieht hier nix. Und das ist irgendwie doof. So, wo muss ich jetzt denn lang eigentlich? Da ist eine Truhe. Mit einer Schaufel. Hervorragend. Also, wir haben eine Schaufel gefunden. Perfekt. Und ich glaube, hier geht es nicht weiter. Kann das sein? Eigentlich in der Theorie müsste es hier weiter gehen. Aber hier ist, glaube ich, der Stollen eingestürzt. Oder der Tunnel eingestürzt. Ähm... Okay. Das ist dann offensichtlich der falsche Weg. Das heißt, wir müssen jetzt zurück und müssen doch durch diese eine Tür durch, wo wir vorher waren. Okay. Gut. Dann wissen wir das jetzt auch. Also, der ursprüngliche Weg durch diese Tür durch, was wir oben hatten, war wohl der richtige. Was noch gerade interessant ist, offensichtlich geht hier aber noch ein zweiter Weg dann weg. Weil das ist jetzt der Tunnel hier. Und entweder soll das oben jetzt sein, dass das praktisch dann, ähm... Über uns jetzt ist oder unter uns. Auf jeden Fall scheint da noch irgendwo... Scheint es da irgendwie weiter zu gehen. Also, ich vermute, dass es da noch, äh, äh, dass es, äh, na, dass das über uns ist. Lassen wir uns mal überraschen. Ach ja. Ich liebe diese, diese, äh, äh, diesen, diesen Wandersimulator-Style, wenn man überladen ist. Ich finde, das hat was. Man ist mir so gehetzt normalerweise in Spielen und will so viel, äh, parallel machen mit hier Ding Dong und Tralala und hast du nicht gesehen. Jetzt kannst du einfach ganz gemütlich langlaufen, kannst dir die schönen, äh, Felswände angucken in der Dunkelheit. Ich finde, das hat was. Das ist... Also, ich finde, das wird viel zu selten wertgeschätzt, ähm, dass man einfach ganz entspannt auch langsam von A nach B kommen kann. So, das ist jetzt dann der Weg. Klack. Da waren wir vorhin schon mal. Ich speichere mal eben, dass wenn ich jetzt sterbe, dass ich den ganzen Weg nochmal laufen muss. Das wäre sehr schön. So, jetzt sind wir, glaube ich, genau an der Stelle. Oh, vorhin waren wir. So, da ist eine Tür. Das heißt, die Tür mache ich noch nicht auf. Ich will mich erst mal hier kurz umgucken. Schau an. Es gibt was zum Looten. Gut, dass wir uns umgeguckt haben. Wir ertragen noch nicht genug. Ähm, äh... Würde Frage, kann ich? Nee. Okay, schade. Ich war mir nicht sicher, aber, ähm, nein, da kommen wir offensichtlich nicht durch. So. Wir haben noch eine Minute. Oder eine Minute 45. Bin ich mal gespannt. So, ich höre wieder. Kommt her! Ich hab auf euch gewartet. Ich hab auf euch gewartet. So. Haben wir das. Sehr schön. Ich find das gut. Durch das neue Silberschwert, was wir nicht gefunden haben, kommen wir echt viel, viel, äh... Also... Wir sind dadurch deutlich stärker auf jeden Fall, weil wir deutlich mehr Damage machen. Das heißt, wir kriegen die Viecher schneller platt. Und was ich tun muss, im Übrigen, ich muss meine Skillpunkte endlich mal verwenden. Hey, Eisenerz. Yay! Ich kann wieder Eisenerz mitnehmen. Ähm. Sehr zum Leidwesen aller. So. Eine Tür. Was mag da wohl dahinter sein? Ein weiterer Gang. Fantastisch. So. Ich bin sehr begeistert. Ich hoffe, wir kommen jetzt gleich dann zur Taverne. Ich hab jetzt keine Lust, normalen Trank zu verwenden. Also, ganz ehrlich. Irgendwann reicht's jetzt. Ich glaub, wenn man da normal durchläuft, geht das deutlich schneller. So. Offensichtlich ist hier keiner mehr. Der was gedroppt. Da ist ne Tür. Ne, gedroppt hat er nix, glaub ich. Was bliegt denn da? Ich muss doch einen Katzentrank trinken. Das bringt mir nix. Ich seh absolut gar nix. So, ist der letzte denn. Mehr hab ich nicht. Hallo? So, trinken. Ich muss ihn doch trinken. Es hilft alles nix. Ich seh leider gar nix. Weil's mega finster ist. Und ich will jetzt hier nicht komplett durch die Dingens laufen. Durch die Nacht, wenn's... Also, durch den Stollen hier. Wenn alles mega finster ist. So, die Frage ist, von wo komm ich denn jetzt? Ich glaub, von da bin ich gekommen. So, jetzt schauen wir erstmal, was da rechts ist. Okay, das ist, glaub ich, der Eingang da unten. So, okay. Das heißt, wenn wir jetzt hier oben langlaufen, dann kommen wir irgendwo hin. Wenn wir rechts langlaufen, kommen wir irgendwo hin. Das Dämliche ist halt, ich hab keinen Katzentrank mehr. Und ich kann, glaub ich, auch keinen herstellen. Wo kommt denn jetzt für sich her? Okay, die sind alle über uns hier. Hinter der Tür ist einer. Das ist ja ganz schön nervig. Stecker schwert mal weg. Ich muss natürlich vorbei. Verdammte Axt. Das kann lustig werden. Äh, ich glaub, das geht schief. Okay. Oder auch nicht. Ich dachte, der war deutlich, äh, schwieriger zum Töten. Was haben wir hier? Ein toter Zwerg. Katakombenschlüssel. Sehr gut. Fantastisch. Ich muss ja, glaub ich, noch mal rein, wenn ich die mehr Katzentränke habe. Und vor allem, äh, wenn ich, wenn ich beim In war. Ich hoffe so sehr, dass ich jetzt zu dem In komme. Ich muss den ganzen Krempli wegschmeißen. Natürlich steht der Sultan da. Ha, und wer ist das? Sultan? Du solltest mir doch das Schwert bringen. Es ging nicht, Geralt. Das war nicht dein bester Einfall, Hexer. Zwerge sind erbärmliche Lügner. Vor allem der hier. Ihr wisst Bescheid? Oh ja. Du willst die Waffe, um den Fluch von Hänsel zu nehmen und die Geister der Gefallenen zu erlösen. Herrin, ich weiß, dass ihr gerade Krieg führt, aber der Fluch ist auch für Werken eine Bedrohung. Diese magische Energie ist unbeherrschbar. Spar dir das. Ich bin im Bilde. Du kriegst das Schwert. Tatsächlich? Ja. Es freut mich, dass ich dir helfen kann und ich danke dir im Namen aller Werkener. Die Seelen ihrer Nächsten werden bald Ruhe finden. So. So. Meilay, there is still time to withdraw. Sich zurückzuziehen. Herrin. Ich bin keine Herrin. Mein Name ist Saskia. Saskia. Es wird etwas Zeit brauchen, den Fluch zu lösen. Ihr könntet euch unterdessen zurückziehen. Bauern und Scoia'tael, die haben in einer Feldschlacht gegen Berufssoldaten doch keine Chance. Zieht euch ins Landesinnere zurück. Du unterschätzt sie. Willst du eine zweite Elirena werden? Sollen sie mit deinem Namen auf den Lippen sterben? Denn sterben werden sie, wenn du es zur Schlacht kommen lässt. Erst fallen deine Krieger, dann rückt die Soldateska in die Stadt ein, ermordet die Männer, vergewaltigt die Frauen, nimmt sich die Hübscheren mit und meuchelt die Übrigen. Ich habe schon eingenommene Städte gesehen. Ich weiß, was auf dem Spiel steht. Warum hilfst du Hänselt? Und wieso riskierst du dein Leben, um diesen Fluch zu lösen? So. So, an welchem ich es großartig war, ist, ich will meine Erinnerung erhören. Ich verfolge damit ein persönliches Ziel. Man hat mir prophezeit, dass ich durch die Aufhebung des Fluchs mein Gedächtnis wieder erlange. Ich bin nicht Hänsels Knecht. Dann schließ dich mir an. Ich kann nicht. Ich bin auf der Gegenseite Verpflichtungen eingegangen. Meine Freunde sind noch im Lager. Ich kann sie nicht zurücklassen. Auch ich habe Verpflichtungen. Ich kann daher nicht fliehen und alle enttäuschen, die ihre Hoffnungen in mich setzen. Also geh deines Weges. Mögen deine Verpflichtungen niemals zum Kampf gegen mich führen. Ich bin kein Soldat. Du kannst beruhigt sein, Saskia. Es wird sich zeigen. Leb wohl, Hexer, und pass auf deine Freunde auf. Hänselt ist schlecht. Bis zum nächsten Mal, alter Haudegen. Pass auf, dass aus dir kein Kettwähner wird. Pass du auch auf dich auf, Sultan. Alles Gute. Saskia, ich habe da eine Kleinigkeit vergessen. Geralt will Jorvet sprechen. Er will was Bestimmtes von ihm. Es geht um die Spitze des Spießes, mit dem Sabrina Glevisick getötet wurde. Jorvet trug sie bei sich, als ich ihn in Flotzern traf. Er hat sie beim Würfeln verloren. An Skalen Burden, den besten Glücksspieler von Wergen. Sprich doch mal mit dem. Jorvet lässt sich zu Glücksspielen herab. Skalen kann sehr überzeugend sein, wenn es ums Pokern geht. Ihr müsstest mal sehen, was da für Schätze in seinem Rucksack stecken. Alles Pokergewinne. Mal sehen, ob ich ihm ein paar davon abknöpfen kann. Adieu. Return to the surface. Stay underground. Komm ich da jetzt raus? Locked. Ich flipp aus. Okay, also offensichtlich darf ich nicht in die Stadt rein. Fantastisch. Das heißt, ich muss jetzt den ganzen langen Weg da wieder zurücklatschen, oder was? Oh, ich hätte, äh, ich hätte machen sollen, dass wir, äh, zur Oberfläche zurück sollen. Ich dachte, ich komme da jetzt nicht irgendwie raus, da unten. Aber nein, die lassen mich natürlich nicht in ihre, in ihr tolles Dingens rein. Ich bin ja schwer begeistert. Kannst du die nicht ausmalen? Hey, hier ist schön hell. Kann das nicht bitte immer so hell sein? Toll. Da habe ich eine tolle Entscheidung getroffen, dass ich hier unten bleiben will. Yay. Was muss ich denn jetzt eigentlich machen? Jetzt mal blöde Frage. Journal. So. Okay. Face symbolized from... The Spear of Destiny. Ja, wo muss ich dafür jetzt hin? Blöde Frage. Ähm. Aha, 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 aha. Okay. Ich bin... gar nicht mal so sehr begeistert gerade. Wo willst du denn da lang? Komme ich von da? Ich glaube, von da komme ich. Warte mal. Von hier... Warte mal, von hier komme ich. Wo geht's denn da lang? Oder? Von wo... Von wo kam ich denn? Ich glaube, ich komme von da. Weil ich habe den Typen gesehen und wollte eigentlich sofort wegrennen. So, wo geht's hier lang? Das wäre alles übrigens viel einfacher. Ähm. Wenn ich schneller laufen könnte. So, natürlich würde ich alles stark finster hier. Weißt du, man könnte auch einfach hier einen Fackel mitnehmen. Das wäre auch einfach. Leere Malte Inventar. Nein, mache ich nicht. Ich müsste alles wegschmeißen, weil ich so viel Krempel mit mir rumschleppe. Ich schleppe 75 Sachen drauf, die ich zuvide habe. Äh. Oder die ich zu viel habe. Und das ist mir zu viel. Bist du aber hässlich. So. So. Und ich will das Zeug alles verkaufen. Ich bin sehr gespannt, ob das was wird. Und vor allem das Schlimme ist, ich sammle immer wieder neue Sachen auf. Wie man sieht. Also ich kann gar nichts leer machen, weil ich müsste so viel Krempel wegschmeißen und das tut mir in der Seele weh. Das kann ich nicht verantworten. Das kann ich in keinster Weise verantworten, so viel Krempel wegzuschmeißen. Kann ich eigentlich? Blöde Frage. Äh. Da 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 da. Alchemie. Kann ich einen Katzentrank herstellen? Ich brauche. Ich habe das Rezept nicht. Äh. Okay. Ich kann mal die Charaktereigenschaften kann ich mal machen. So. Ähm. Eigentlich habe ich viele Talentpunkte. Der ist ja fantastisch. Alchemie. Was? Alchemist. Bomb Damage. Vitalität. Potion Duration. Alchemie Ingredients harvested. Oil Duration. Aha. Aha. Ja. Ja. Klar. Bersam Walk. Once Alchemie Bar is completely charged. Enables Generation of Adrenaline. Poisoned. Poisoned. Aha. Okay. Magic. So. Was haben wir hier noch schönes? Unlock Stability Damage to many opponents. Das haben wir. Sword Damage plus 5%. Chance of Critical Effect Bleeding. Chance of Instant Kill. 2%. So. So. Upgrade Ability. So. Nehmen wir das. Dann haben wir 50 Vitalität. Äh. Ach ja. Da können wir nochmal drauf machen. Gezuhne 50 Vitalität und Damage Reduction. Unblocked Group Finishers. Disactivated after Adrenaline Bar Charges. Allows the generation of Adrenaline through Sword Blows. Äh. Da 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 da. Okay. Machen wir das. So. Damage plus 10%. Damage Reduction 10. Unlocks Group Finishers. Adrenaline generates through Sword Blows plus 10%. Oil Resistance plus 10%. Chance of Causing all Critical Effects 10%. Ja geil. Und dann machen wir das hier noch. Klack. So. 2 von 2. Das heißt. Äh. Wir haben das. Ach das kann man auch mutieren. Sehr schön. So. Das heißt. Ach ja. Wir können noch mehr Leben drauf packen. Sehr gut. Ich habe meine ganzen Fähigkeiten jetzt mal ausgepackt. Finde ich sehr schön. Das heißt. Wir haben jetzt deutlich mehr Leben. Was ich sehr begrüße.